Martin Rüther, ein berühmter deutscher Hundetrainer und Fernsehmoderator, hat eine erfolgreiche Karriere aufgebaut und dabei geholfen, unzählige Hundebesitzer zu verstehen und mit ihren Haustieren umzugehen. Rüther wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren und zeigte schon früh ein Interesse an Tieren, das später zu seiner lebenslangen Leidenschaft wurde. Seine Herangehensweise an das Hundetraining, bei der die Kommunikation und das Verständnis zwischen Hunden und ihren Besitzern im Vordergrund stehen, hat ihm große Anerkennung und eine treue Anhängerschaft eingebracht. Hinter seinem beruflichen Erfolg steckte jedoch eine persönliche Krise, die sein Leben tiefgreifend beeinflusste und mit der Entscheidung seiner Frau Martin Rüther, sich scheiden zu lassen, endete. Vor vielen Jahren mit seiner Frau Sylvia und die Beziehung entwickelte sich schnell zu einer starken Partnerschaft. Gemeinsam meistern sie die Herausforderungen des Lebens, heiraten und ziehen ihre Kinder in einem liebevollen und unterstützenden Umfeld groß. Sylvia war nicht nur eine hingebungsvolle Ehefrau und Mutter, sondern auch eine Mutter. Als wichtige Stütze für Martins Karriere stand sie ihm durch die Höhen und Tiefen zur Seite und gab ihm Stabilität und Ermutigung, als er seine Träume verwirklichte, obwohl sich in ihrer Beziehung unter dem Druck von Martins Zeit scheinbar perfektes Leben zu entwickeln begann. Die ausgedehnten Reisen und langen Arbeitszeiten begannen ihre Ehe zu belasten, während Martins Leidenschaft für seine Arbeit und sein Anger gemeint für seine Mission, das Leben von Hunden und ihren Besitzern zu verbessern, nicht mehr viel von der Zeit und Energie ausmachten, die er sich selbst widmete. Karriere und Privatleben Sylvia, die sich zunehmend verlassen und isoliert fühlt, kämpft mit der wachsenden Distanz zwischen ihnen. Die Situation wurde angespannt, als Sylvia beschloss, dass sie eine Ehe, in der sie sich nicht wertgeschätzt und ungehört fühlte, nicht weiterführen konnte. Für sie ist es leicht, dass diese Entscheidung das Ergebnis jahrelanger ungelöster Probleme und emotionalen Schmerzes für Sylvia ist. Sie stellt eine Anstrengung für ihr eigenes Wohlergehen und Glück dar, denn selbst wenn dies das Ende einer Beziehung bedeutete, die ein wichtiger Teil von ihr gewesen war, leben. Martin war lange Zeit von dieser Nachricht enttäuscht und glaubte immer, dass sein Anger gemeint für seine Arbeit letztendlich seiner Familie zugutekommen würde, indem er ihnen finanzielle Stabilität und ein Gefühl der Sicherheit verschaffte. Er war stolz auf seine Leistungen. Nach dieser persönlichen Krise ist die Ehe eine bittere Pille. Martin hat Schwierigkeiten, seine beruflichen Verpflichtungen mit der Notwendigkeit zu vereinbaren, mit den emotionalen Wunden in seiner Familie umzugehen. Die Entscheidung des Paares, sich scheiden zu lassen, hatte tiefgreifende Folgen nicht nur für sie selbst, sondern auch für ihre Kinder. Es ist nie einfach, sich in der Komplexität einer Familientrennung zurechtzufinden, und die Familie Rütter bildet da keine Ausnahme. Sowohl Martin als auch Sylvia brachten ihr Engargument für die gemeinsame Erziehung zum Ausdruck und stellten sicher, dass die Bedürfnisse ihrer Kinder auch nach dem Ende ihrer Trennung weiterhin oberste Priorität haben. Ihre Ehe diese Übergangszeit war für alle Beteiligten eine Herausforderung. Während sie sich an die neue Normalität gewöhnen und gleichzeitig mit dem emotionalen Trauma der Trennung zurechtkommen, ist diese Erfahrung für Martin eine deutliche Erinnerung an die Bedeutung der Ausgeglichenheit im Leben, denken sie über seine Prioritäten nach und überdenken sie, wie er seine Zeit und Energie verbringt. Während seine Leidenschaft für das Hundetraining unverändert geblieben ist, erkennt er nun die Notwendigkeit, Raum für sein Privatleben zu schaffen und die Beziehungen zu pflegen, die ihm am wichtigsten sind. Die Entscheidung von Martin Rütter und seiner Frau, sich scheiden zu lassen, ist ein ergreifendes Beispiel für die Komplexität der Vereinbarkeit, die berufliche und persönliche Beziehungen mit sich bringt. Es betont die Bedeutung von Kommunikation, gegenseitigem Verständnis und der Bereitschaft, Probleme zu lösen, bevor sie unüberwindbar werden. Während Martin und Silvia getrennt vorankommen, erinnert die Reise ihrer Beziehung daran, dass es auch angesichts von Schmerzen Potenzial für Wachstum, Heilung und Neuanfänge gibt. Er ist als Deutschlands Hundetrainer nah. Eins bekannt und teilt seine aufschlussreichen Ansichten zum Thema Hundzucht und Bewegung in städtischen Gebieten, insbesondere in Magdeburg. Im Interview mit Reporterin Sabine Lindenau betonte er, wie wichtig es sei, Hunden geeinete Auslaufflächen und optimale Auslaufmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Erstens sagt Rütter, dass Hunde aktive Lebewesen sind und viel Bewegung brauchen und ihre körperliche und geistige Gesundheit zu erhalten, kann ein Hund sein.